so da sind wir wieder die karriere frei gefahren und jetzt wollen wir mal sehen das war unser holz irgendwie zum zielort bringen das andere vehicle da steht der gleiche hinterm berg ja die lassen dass man da stehen da hinten ist der holz laster hat er nicht so ganz gefruchtet dem rausziehen aber irgendwie und irgendwann hat man sich dann doch frei gejubelt jetzt kommt die nächste schwere etappe das ist hier denke ich mal ein bisschen ja weiß ich auch nicht über rechts links keine ahnung schauen wir mal hier vielleicht interessant den marker zu setzen aber dann erst mal geradeaus ja gucken was das navi sagt ich würde sagen jetzt mal den motor an so da wollen wir mal die karriere umkippt aber das wird doch nix oder immer das hier oder wir fahren gleich da gerade durch ich weiß auch nicht ja aber durch den matsch hier das kannst du doch vergessen oder ich würde sagen aber dann wo sind wir dann da drüber oder was ist das irgendwie ein bisschen oder ist das der weg das soll das der weg hier sein oder was ich weiß nicht naja der man tau das muss das muss das muss jawohl jawohl gib alles so ein trucker leben ist schon nicht so leicht na das sieht doch mal richtig gut aus jetzt wunderbar nein ja komm gib alles jawohl schaffste na verdammte Axt komm hopf 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 jawohl 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 ja yes na so macht das doch Spaß von hier sieht das auch schön aus aber wir müssen gucken wo es hier vorne lang geht oh noch nicht so doll aus man sollte mit den großen Dingern lieber irgendwie äh auf der Straße bleiben aber das Problem ist halt äh dass man von diesem scheiß Holz Abholplatz hier irgendwie nicht wegkommt boah wenn ich jetzt über diesen Berg hier drüber bin äh mag er nicht irgendwie mag er das nicht mal angenommen ich komme da rüber ach du Schande nee dann fahren wir gleich äh man sieht das aber auch so schlecht da diesen Matschweg da lang würde ich sagen so komm hola die Waldfee mit Anlauf nee war keine gute Idee na komm wir kriegen das hin jawohl da kommt er nein 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 stehen bleiben na die Kurve kriegen wir doch wieder nicht alter scheiße ich dreh durch wir sind auf jeden Fall richtig ja da wollen wir hin würde ich sagen das ist das nächste Ziel was mache ich hier eigentlich na das glaube ich keine gute Idee oder wie sieht denn das hier vorne aus na man äh aha na ich weiß nicht äh wäre halt eine Abkürzung long vehicle aber nach einer Straße sieht das ja da nicht gerade aus aber ich meine ne was willst du machen so kommen wir ja auch nicht weiter äh ich kann ja mal können ja mal langsam weiterfahren oder auch nicht okay jetzt geht hier wieder nicht vor nicht zurück äh ich dreh bald durch komm jetzt hier komm 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 oh nö voll doof hat ja nur mit Differentialen den ganzen Babel wohl nix zu tun ja so geht es auf jeden fall nicht bewegt sich nicht vielleicht liegt es an der Handbremse alter ich sag mal nix mehr ne nein ich umgib nicht oh nein alte scheiße alles futsch oh nee ich dreh durch oh ich bin total enttäuscht jetzt ich bin total enttäuscht ich habe mir so viel Mühe gegeben muss ich den ganzen bekackten Weg wieder zurückfahren vielleicht sollte ich auch erstmal kleinen Anhänger nehmen mit kleinen Holzstämmen ja ich lasse mir jetzt mal kurz durch den Kopf gehen also dann stod